Oder war es das? Das weiß ich nicht. Ja, wie, das weißt du nicht? Ja, zwei Sachen kannst du da abgeben, hier. Da ist ja noch blau und der älteste Kuh. Ja. Juhu! 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 Na, jetzt hat... Na, gratuliere. Das hat ja lange gedauert. Tut mir leid! So, welche Richtung gehen wir jetzt? Ich glaube, wir gehen hier rauf. Aber wenn ich sowas mal öfter machen würde, dann... Guck mal, ein Hündchen! Ich muss mal wieder die Sicht an... Die mit ne Blume auf dem Kopf gewachsen. Oh... Der Arne! Der Arne! Süß! Das sieht aus wie diese lustigen Aufziehhunde da, kennst du die? Aufziehhunde? Die sich da hinsetzen und wuff, 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 wuff und dann laufen sie wieder weiter. So, oh Gott. Ach, die hat mir... Die sind voll süß! Oh! Und nervig! Nee, voll süß! Das erinnert mich gerade an die... 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 Ja, äh... Wenn du draufklickst, dann miaut die 10 Stunden lang. Zumindest... Aber wie? Aber wie? Miau, miau! Nein, nein! Die macht so... Die hat so einen komischen... Ähm... Song. Da bin ich schon öfter draufgekommen und ich so... Nein, nicht schon wieder! Miau, 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 miau! Was will die von uns? Keine Ahnung, ähm... Ich klick einfach mal auf. Was will die von uns? Hoppla. Ähm... Unentbehrliches Geschenk. Ah, nee. Seepilz und Seestern. Hungriger Wolf. Okay. Hm... Seepilz. Bin ich gerade... Mein Kuh ist grün, stimmt das? Dein was? Mein Kuh ist grün... Das ist perfekt. Das ist genau richtig. Okay. Super. Gut zu wissen. So, die nächste. Ja, ja, es hat keine 10 Stunden gedauert. Stimmt. Du machst Fortschritte. So langsam. Ja, meistens. Ja, ja, ich will deine Kwestern auch nicht machen. Kaufen. Oh, schau mal, die hat schon wieder... Nee, ich kann mal nicht lernen. Was? Was kann man nicht lernen? Ich schau gerade. Wieso kannst du... ... immer mal wieder was Neues lernen? Ähm, eins lernen. Nee, ich kann nichts lernen. Erst auf Level 13. Ich kann was lernen. Echt? Mhm. Was denn? Feuerblitz. Cool. Wie kann ich das nehmen? Jetzt hast du eine Rolle gekriegt, oder? Ich hab noch gar nichts hier. Ach so. Ich bin noch immer bei dieser Ansicht. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Du musst einen Rechtsblick machen auf das, was du haben willst. Ja. Funktioniert aber nicht. Feuerblitz. Ah doch, ich kann auch was lernen. Moment, was erzähle ich dir denn da? Rechtsklick und nochmal ein Rechtsklick. Bei mir funktioniert das nicht. Warum auch immer. Nee, 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 das geht schon. Du hast das Zeug dann im Inventar so Schriftrollen. Ah. Da hab ich jetzt ganz viele Feuerblitze. Ich hab jetzt eins, zwei, drei, vier, acht Feuerblitze. Dann kannst du gleich wieder welche verkaufen. Ich traufe, glaub ich, bloß einen, oder? Ja. Wann machen die Dinger denn? Machen Schaden? Ich erhalte Seelen, aha. Machen Schaden, Schaden. So, und das heißt, aus diesem Ding kann ich jetzt rausgehen, oder? Ja. Fähigkeiten kaufen, Ding. So. Wie soll ich das jetzt aktivieren? Inventar, Schriftrolle, rechtsklicken. Ja. Ah. Okay. Und wenn du das hast, muss ich das auf ne Taste legen, ne? Genau, dann musst du K drücken und dann musst du das auf ne Taste legen. Das dauert dieses Mal nicht so lange wie im Tutorial, guck ich. Na, wir werden sehen. So, gemacht. Gut. Ai, ai, ai. Hast du's? Okay. Ja. Ja. Gut, hast du die Quest? Ja. Ja. Okay. Juhu, weiterlaufen. Meine Güte, dauert das 10 Stunden, ja. Bis ich mein was... Ach, ja, ich weiß. Das ist total schnell, im Gegensatz zu mir, hab ich das Gefühl. Weiter. Was hat der für ein Problem? Oh Gott. Das ist leicht. Ich klinge einfach. Ich klinge einfach. Ja, ja, schon lang, schon bevor du überhaupt etwas... Wahnsinn, da hör mir auf, du bist ja echt nicht schlecht. Sag doch, ich klinge einfach, ich lese das nicht mal. Ich auch nicht mehr. Ich vertraue dir da einfach mal. Wir wollen ja, dass wir alles töten und alles sammeln. Da hat er zwei, oder? Mhm. Äh, hallo? Gott, gibt's hier viele Quests, das gibt's doch gar nicht. Ja. Das in Gelb hab ich nicht, gell? So, jetzt wird. Ich glaub, ich krieg Schnupfen. Das ist schlecht. Ja. Mit Schnupfen sollte man... Määäh. Vor allem nicht die Entwicklse in den Rohren. Ähm, sollte man nicht aufnehmen. Das hab ich auch schon mal gemacht, ist lustig. Ich nicht, weil ich dazu Halsschmerzen hatte und dann hab ich gesagt, nee, ich nehm lieber nix aus und wieso ist die schon wieder so langsam? Ich glaub, ich drück immer die falschen Tasten. Ja, das glaub ich auch. Was soll man jetzt machen? Ich höre die Rache. Ah, hier zwei, was ist auf zwei? Wie gut, dass ich heute, äh, dass ich morgen eine Spätschicht hab. Denn ich muss heute Castle of the Lotion auf jeden Fall auch noch aufnehmen. So ein Stress. Weil ich nix mehr hab und Golden Sun hab ich jetzt auch nix mehr. Oh oh. Ja. Ich hab momentan gar nix. Oh oh. Tja, ja. Ah, hier, den Pilz. Das ist ein Schlag. Das ist ein Schlag. Oder wie? Ja. Ich will mal diesen Feuer. Boah. Das ist der Schlag. 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 Das sind noch mehr Pilze. Attacke. Ne, das war, glaub ich, ich. Oho. Wer geklaut hat? Ja, ich weiß, deswegen ist er wieder umgedreht. Haben wir alle? Ja. Äh, ich hab, ja. Es versteht bei mir immer 4 von 5. Ach, jetzt ist das weg, okay. Weil es ist aktualisiert. Äh, ja. Ja. Also hast du alle 5 von 5? Ja, ich schätze schon. Hau mal den Pilz um zur Sicherheit. So. Okay. Perfekt. Warte mal. Ich muss mal wieder... Ja, Kamera! Und jetzt wieder Schleim. Schleim, nicht Schleim. So, der erste Schleim ist weg. Ich schau den noch hinten. Nein, den wollte ich. Welchen willst du jetzt machen? Ne, mach, hau drauf, ich schau dir zu. Du schaust mir zu. Ich schau dir zu. Schön. Okay, dann haben wir dann bald mal die ganzen Scheiß hier. Ey! Zwei, vor der Absicht. So. Ich kill den trotzdem noch. Gut. Eine Erfahrung erhalten, ja nicht gleich so viel. Was? Was brauchen wir jetzt noch? Was ist das? Äh, was gibt's da? Schau mal mal. Ich folge gleich. Unterwegs nach Pilz. Ich hab doch schon einen Pilz. Die haben wir fertig. Wieso? Und jetzt? Warte mal. Ähm. 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 Imps. Wir brauchen Imps. Was? Imps. Wo steht denn das? Wo steht denn das? Ob bei L? Was? Ja, L, L bin ich ja, aber wo steht das? Ähm. Ganz unten, da steht dann... Ähm. Ne, hier bei Aufgaben, wenn du irgendeine anklickst, steht da Pilz, 5 von 5, Imp, 0 von 3, Schleim, 5 von 5, bla bla bla. Ja, das ist ein bisschen unübersichtlich. Hä? Wo soll das stehen? Wenn du auf L drückst, hast du die ganzen Quests da. Ja. Und dann drückst du auf... Auf welche Quest ist das? Ähm. Auf das Königreich des Schleims... Ah, ne. Das Königreich des Schleimkönigs 1. Ja. Ne, warte mal, das ist das falsche. Verwirr mich nicht! Ungezogene Monster. Ah, das ist noch so'n Scheiss. Ungezogene Monster und Herzach. Das ganz unten ist das. Ah. Okay. Ich glaube, wir müssen dazu... Was ist denn Imt? Imt findet es in Wald der Gezeiten und in der Sandbucht. Was ist das? Sandbucht und Wald der Gezeiten. Okay. Dann gehen wir, gehen wir, gehen wir wieder zum Wald der Gezeiten. Juhu! Ich hab keine Ahnung, wo es hingeht. Karte aufmachen. Ja, warte. Auf das Tor, Wald der Gezeiten drücken. Ja, da ist ja überhaupt nicht viel hier. Auf der Karte, wo ist das denn? Ganz in der Ecke. Ganz in der Ecke? In welcher Ecke? Links oben! Hä? Ah, Wald der Gezeiten, Jagdgebiet. Hab ich hier. Und da Wald der Gezeiten, okay. Ja. Ich glaube, ich kann dich nicht begeistern für dieses Dingslam. Ja, ja. Hm. Also, bis jetzt noch nicht, aber... Ja, der Anfang ist immer... Aller Anfang ist schwer. Mhm. Äh-höh. Mhm. Wird schon. Ja. Äh, Wald der Gezeiten, ja. Okay. Trinken hier. Okay. Unterwegs nachschleimen. Nein! Was zum Geier macht die blöde Kuh da? Wo bist du? Die ist wieder zurückgegangen, die blöde Kuh. Man! Ich bleib mal hier stehen. Okay. So. Ähm. Imppilzschleim. Was Imppilzschleim? Oh, okay, hier. Hier ist nach vorne. Ein Heldenschleim. Ein Heldenschleim. Ein Heldenschleim? Fertig. Okay, und was wissen wir jetzt noch? Ähm. Imps. Ja, was sind denn Imps? Ähm. Hier, schnelle Schleime brauchen wir auch noch. Die blauen. Ich hab die falsche Tasse gedrückt. Hahahaha. Willst du ihn zu Tode trampeln, oder was? Ja. Das war mein Plan. Der hat nicht so ganz funktioniert. So. Fertig mit dem Scheiß hier. Ich wollte trinken. Die hat mir meinen Schleim geklaut. Du darfst jetzt Imps hauen. Wie sehen die denn aus? Die kommen gleich. Pass auf. Diese roten? Ne, die roten sind sie nicht. Hier, diese hässlichen Assen da. Ich seh gar nichts. Vor mir. Das sind Assen? Ja. Ähm. Alles klar. Da wohne. Geil. Ehh. 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 Glaub mir hier, die ganzen sind ganz funktionierend. Was? Das ist jetzt du, oder war das ich? Das war ich. Ehh. Ehh. Seine da. Ehh. 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 Wie viele brauchen wir 10? Wie viele? Na, der will ich. bei? Ehh. Bis zum nächsten Mal.